Hallo, herzlich willkommen zu TV Total aus New York. Ich sitze hier im MetLife-Stadion in New Jersey. Hier ist gerade der Super Bowl zu Ende gegangen zwischen den Seattle Seahawks. Die haben gewonnen, haushoch gegen die Orangen. Ich habe nicht genau aufgepasst. Ich glaube, das waren die Holländer, wie immer. Und wir waren hier auch eine Woche in New York. Damit geht unsere Woche in New York leider zu Ende. Wir haben viel gemacht. Unter anderem haben wir deutsche Kultur nach New York gebracht. Und ich bin mal mit unserer Band losgezogen durch die Straßen von New York, um rheinische Kultur in den Big Apple zu bringen. Eins, zwei, drei, vier. You want to hear some traditional German soul music for free? Say yeah! 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 Ich muss mich natürlich auch noch bei meinem Friseur bedanken, oder? Ich muss mich natürlich auch noch bei meinem Friseur bedanken, oder? Ich muss mich natürlich auch noch bei meinem Friseur bedanken, oder? Ich muss mich natürlich auch mit meinen Friseur bedanken, oder? Danke!